Hallo zusammen, ich möchte mit euch die Aufgabe B8 des Känguru-Wettbewerbs 2022 lösen. Frau Wolf geht oft mit den vier Hunden ihrer Nachbarn spazieren. Neulich wurden die Hunde gewogen und nun ist klar, das Gewicht jedes Hundes in Kilogramm ist eine ganze Zahl. Kein Hund wiegt dasselbe wie ein anderer. Alle vier zusammen wiegen 30 Kilogramm. Ajax ist der zweitschwerste und wiegt 13 Kilogramm. Wie viel wiegt Elvis der drittschwerste? Sind es 2, 3, 5, 7 oder 8 Kilogramm? Also alle vier Hunde wiegen zusammen 30 Kilogramm. Und es sind insgesamt vier Hunde. Und wir haben im Text erfahren, dass der zweitschwerste Hund, dass der 13 Kilogramm wiegen soll. Und wir wollen das einmal so anordnen. Wir haben also vier Summanden, weil wir vier Hunde haben. Und der erste Summand soll für den leichtesten Hund stehen. Dann kommt der nächstschwerere. Und hier ganz am Ende haben wir dann den schwersten Hund. Und der zweitschwerste, das bedeutet, das muss dann unser dritter Summand sein. Also hier muss dann plus 13 stehen. Und dann ist noch ganz wichtig, dass in der Aufgabenstellung steht, jedes Gewicht ist eine ganze Zahl und kein Hund wiegt dasselbe wie ein anderer. Das heißt, wenn wir hier den zweitschwersten Hund mit Ajax hatten, dann muss der schwerste Hund auf jeden Fall mindestens um ein Kilogramm schwerer sein, weil ja die Zahlen nicht gleich sein dürfen. Und wenn wir hier einmal die 14 ausprobieren, dann haben wir 13 plus 14, das ergibt 27. Und ihr merkt schon, hier bleiben jetzt nur noch drei Kilogramm übrig. Denn 27 plus 3 ergibt ja 30. Und wenn nur noch drei übrig bleiben, dann kann der leichteste Hund nur noch ein Kilogramm wiegen und der zweit oder nächstschwerere dann zwei Kilogramm. Und jetzt wird gefragt, wie viel wiegt Elvis der drittschwerste? Hier hätten wir den schwersten Hund, hier hätten wir den zweitschwersten Hund und das wäre der drittschwerste Hund. Also können wir sagen, dass Elvis zwei Kilogramm wiegt. Also ist die Antwort A die richtige. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmister X.